Äh, ich hab grad gehangen, okay. Ah, ich hab meine Sachen gefunden. Okay, wieso? Ja, keine Ahnung, der passiert drinnen rum. Ist ja komisch. Das ist irgendwie leicht nervig. Au, wir haben unsere Treppe weggesprengt. Ja... Das ist lustig. Find ich auch. Äh, nein! Äh, nein! Nein! Ich hatte hier so ne geile Idee. Baust doch wieder zu! Soll ich mal zu den Rümer kommen? Ja! Verschwemmen wir umsonst Kohle, Alter! Ah, der Zombie lebt ja noch egal. Ja, na, wenn ich fertig bin! Äh, hast du noch Dirt? Ja, deswegen bauen wir jetzt gleich mal 4 hoch. Ja, warte! Ja, dann baust du doch schnell ran, ich baue hier unten ein bisschen was ab. Das war doch noch 4 hoch, wo du sagen wolltest. Oh, Moment, das hab ich jetzt falsch gebaut. Und klopp mal hier noch in der Reihe. Äh, wie mach ich denn das jetzt? Warte hier! Hier! Wo? Wo? Ah, das Leben regeneriert sich auch wenn ein Toastbrot unten fehlt. Toastbrot? Ach so, äh... Wiss ich nicht, kann sein. Mach so tief lang, äh. So ist es aber, weil es ist grad eben so wie mir. Ich hab ne Höhle gefunden. Ah ne, das ist einfach nur ein Schattenbuck. Das ist für eine seltenheit, ne Höhle in Minecraft. Die? Ey, soll ich mal das Schaf da unten? Ach so, ha! Wow! Oh, Prepa! Ey, das kann ich eben auch grad gehört. Was war los? Ich hab gar keinen Gameshaut, Alter. Ich hab gar keinen Gameshaut, Alter. Wo denn? Was denn für ne Reihe? Ich hab keinen Gameshaut, Alter. Ja, na, wie soll ich denn? Du hast dort, äh... Am besten mit der Spitze, oder mit einer Schaufel. Ich werd erst mal schnell stehen, Alter. Wo ist mein Gameshaut? Ach, mein Gameshaut ist ja aus. Deswegen höll ich noch... Ich hab meinen vorhin erst leiser gestellt. Äh, ich glaub meine Aufnahme ist abgeschmiert. Ne, doch nicht. Ich hab hier Fleisch für dich. Schön. Brauch ich grad noch nicht. Ey, ich hör den Futter-Sound, so. Oh, das haben sie eingefickt in der Einfluss. Ja, ich, äh... Du mal den... Wir nehmen mal den Crafting-Table mit nach oben, ne? Hm, ja, warte mal. Ich komm grad nicht so richtig runter, bei mir lag das grade, und... Hier wie die Treppe bauen, oder? Hier ist noch irgendwo ein Zombie. Ne, ich schwör schon, wo wir die Treppe bauen. Ne, ich mein hier wie die Treppe. Ne, ich mein hier wie die Treppe. Hab ich jetzt aber hier schon gemacht. Nein, hab ich doch nie gesagt. Du sattest nur da oben und, äh... Ne, das war eh bloß Dreck. So ist ne zwei. Ich mein, ich hab hier schon ne Idee, ja. Ne, dann... Wozu brauchst du jetzt noch einen zweiten Ofen? Einer ist tot. Und warum... Okay. Ich hab so wenig Herzen, ich müsste mich eigentlich einmal umbringen. Hä, was? In den linken ein Koppel. Das ist der linke. Naja. Achso. Da Koppel rein. Ja, ist ja gut. Außerdem, warum machst du da 10 Kohle rein? Das hat mir Spaß gemacht. Schön. Das wird kein Let's Battle, das wird ein Let's Kaift euch an. Keifen. Ey, mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Hier eine Zeile Treppen. Außer hier so. Äh... Ich hab... Aber nur neun. Ich hab nur neun. Äh... Hasbro? Das ist Gravel. Mach dir mal... Oder nimm mal eine Spitzhacke, Farm Stein. Komm mal runter von dort, du Weichei. Wir müssen jetzt hier unten vorankommen. Warte, ich muss kurz mal... Ich muss mal kurz meine Waffen lagern. Ich hab mir ne Kiste geleistet. Ich hab mir ne Kiste geleistet. Uh! Fertig! Das ist Gravel. Das ist Gravel. Nee, ey. Das ist die größte... Äh... 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 Was sag ich jetzt am besten, um es auszusetzen? Der größte Volldepp. Mach dir einfach... Nein, darf mal nicht. Das Schweizer darf ich Ruhe und Sohn sagen. Mach dir einfach Piep. Ach dann... Okay, du bist der größte Volldepp. Mane, geh mal... Geh mal gleich damit also. Okay. Hier, warte, willst du mein Schwert haben? Bei was ist denn gestorben? Er hat so ein Schwert. Das war unabsichtlich. Das war unabsichtlich. Wenn der von unserer Insel runter springt, dass man da stirbt. Das ist ja logisch. Hier. Wo ist denn das? Da oben. Ach dann. Nein, das war unabsichtlich. Das war unabsichtlich. Das war unabsichtlich. Der hat ja auch schon abgenutzt. Der denkt sich schenkt den Ganzen. Wird nur schnell runterrennen. Und dann hab ich gesagt, das ist Sparta. Und dann bin ich gestorben. Ja, ich mach dir mal eine Zackelein. Du baust dort unten diese Gang, wenn ich dir das gezeigt habe. Geh dann noch mal Holz packen. Wir brauchen jetzt einiges an Holz wegen... Weeeeeh... Zombie. Leiter. Zombie... Stirb. Xp. So, was soll ich jetzt? Holz und Fleisch? Aua, schon wieder ein Fuß gebrochen. Ey, da sind Kühe. Da kann ich Fleisch... ...fahren müssen. ich kenne es nicht ich glaube ich möchte es auch nicht kennen hier war kohle raussammeln ich habe ja da hinten immer hier die kohle ich habe es bei er gefunden ich habe keine verlor nein nein wer hat die welche wie soll das habe ich verlieren auf welcher ebene hier normal ist was ist noch acht naja muss ich ja muss ich erst wieder zurücklatschen warte ich muss mal was futtern und das ist professionell gebaut manu wenn das von meiner jahre so wir haben ist eigentlich für 64 was soll ich jetzt eigentlich machen übrigens die koordinaten ja die koordinaten da wäre ich dann schön ein kleines overlay drüber machen es geht übrigens nicht weil schweizer sich dann die map runter zieht so dass du dich noch nicht hin teleportieren kann ja und oh hier ist eine höhle komm her ich finde ich äh hast du machst überhaupt deine aufgabe die ich dir gegeben habe wo sind denn ich bin dabei das noch mal oben 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 ich suche nach fleisch und dort diesen langweil da dort ausfüllen den ich da unten habe ich gehe mal das schaaf holen haben wir ein stück wolle oder zwei nee ein kannst du mir mal dein holz gehen ich habe ich glaube ich glaube wir werden von unseren chefs ein bisschen naja was ich habe noch den holz ich finde ich habe 36 holt woher die hier hier unten siehst du das loch cool kann ich da jetzt hochgehen noch nicht weil da noch keine leiter sind ach so ich habe eine spitzhacke dauert das nicht lange ja dann macht ihr dann hol bissel holz und dann macht ihr eine holzsteine stein spitzhacke tja oh ich mein spiel hat gerade gelegt also die zuschauer brauchen immer deine kommentare dazu nicht merken dass wenn es leckt jen aber meine müssen es wissen wenn sie an den part gucken wissen schon mal dass es an dem punkt lecker richtig cool stirb ach so ich habe ein schwert oder besser gesagt eine eine keule das ist eine kohle in dem texture pack habe ich einstecken so was haben wir denn hier noch so schön ist so ein baum den immer mit ich komme jetzt gerade zurück ich habe nicht habe kein essen weitergefunden hier sind keine ich habe dafür noch eine andere lösung ich bin nicht umbringen war leckene oku ich war das für eine bessere lösung als ich ein nicht um zufrieden wieso bist du jetzt gestorben weil ich runtergefallen bin ach nee ich kenne das gefühl das glaube ich dir jetzt ist das fleisch hier xp ich bringe dir gleich die fackeln ja ich gebe also wie geil das hier aussieht du bist ja am besten das koppel uns sieht es geiler auswerten ich will dann auch gleich mal den gegner in besuch abstatten da hinten ist ein enderman so richtig geil unprofessionell wirst du uns suchen kommen natürlich hast du es brauchst du hier macht acht fackeln gegen ah nee hier nimmt die ganzen oh meine nase juckt meine nase juckt ja so äh ja so wie du immer da liegt noch da dankeschön wo bin ich äh ich nehme mal die ganzen schaufel ich bin ja da wo bist du ich bin hier geil hallo nee ich bin äh ja egal im spiel eigentlich ach so ich bin noch nie blind also den sehe ich noch neben mir das ist ja ich okay spaß mir sonst äh ist doch jetzt mal gut zu reden zu reden zu reden zu reden sprichst du jetzt französisch ja mann mann ist ja gut gestern zu reden die über die hat sein aufgang zu rennen dauer ich sonst noch den crafting table ja ich äh bin aber doch im holz vorliegen crafting table dauernd nachher stelle ich die crafting tables wie ich es immer mit dir gemacht habe dauernd nachher ich bin das doof dass man auf der karte da oben nicht sieht wo wer ist ist ja doof dass man auf der karte da oben nicht sieht wo wer ist ja hättest du wohl gerne da würde ich nämlich sehen wann ihr hierher kommt können wir verstecken naja wenn alle das hätten dann die zugrucke runter die wir nicht haben fällt ganze zeit vor denen alter wie viele leitern hast du dort reingemacht äh ich hatte 64 leitern gekraftet also ja und dann machst du einfach mal an die wand daneben noch ein paar rein weil es schön aussieht oder was zu reden ich kann dir überzeugt was deine zuschauer gar nicht sehen ja na äh das zeig ich gleich die hab ich schon abgekloppt also ja na äh ist ja egal du äh es wird dunkel ey hier sind schafe was wo bin ich ich würde jetzt ich würde jetzt aus dem berg raus bauen naja dann biet nach rechts ich äh waaaaa dann geh bisschen so im kreis runter warum hauptsache gib mal gleich das cobblestone her und behalte ein bisschen was für eine neue Schaufel oder so wozu brauche ich jetzt denn eigentlich wollen ich wollte nur ein crafting table unterwegs ich kann nicht ahnung du hast gesagt wo es geht oh das war jetzt mein ganzes egal ja naja vielleicht kann man mal kann man es mal gebrauchen für Bilder genau kann ich jetzt klar ausbauen frage mich zwar was Bilder hier äh nützen sollen aber äh äh Psycho Bilder ja Psycho Bilder willst du nackt Bilder von dir dorthin hängen oder was ne von dir haaa hm oh Gott Kopfkino Kopfkino hehehe 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 Zwei Manuel ein Manuel was Zwei Mal für Manuel oh Gott jetzt fällt mir grad ein Lied ein was ich jetzt aber nicht benenne hehehe hey Manuel da ne ok dann nicht ich höre hier übelst viele Zombies vielleicht ist es ja ein Zombiesporder ich hoffe ich hoffe wow das ist grad kein Creeper Alter den kommt Zombie Hilfe achso ich hab ja ein Schwert Alter hier kommt noch ein Zombie hey komm mir mal schnell helfen bitte ich hab keinen Dings ja na du kannst du kannst dir trotzdem mal helfen komm 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 ja jetzt sind sie weg jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen nur mal die Klappe hier weg ich bin ganz traurig eeebo oh halt die Klappe jetzt hat das sogar so zugegeben nein ich hab genug Holz ich hab vielleicht welches gesammelt wie du es mir aufgetragen hast aber es ist ja egal hast du auch Fleisch gesammelt? uh ich hab grad angerufen sieben du gehst nicht dran wir sinds hier grad in der Aufnahme und dann so Hallo Mama hm uff super schöner ist mal ein bisschen ja und ich wart mal bis hier der Ofen fertig ist damit ich das Fleisch reinschmeißen kann wir sind mal einfach hier halt die Kohle unten raus äh achso ist ja gleich fertig ich äh ja ja ist gut so und was was ist das grade ich hab gar nichts gesagt halt die Fresse hast du gesagt nein hab ich gar nicht doch hast du ich hab das gehört ich bin noch nie blöd im Kopf doch wie gesagt äh das lassen wir jetzt mal außen vor ja ja ihr wisst schon dass ihr die Fresse kriegen sollt und nicht euch selber ne 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 das müssen die noch mehr wir werden noch nie wir werden noch nie warte wer ist denn das ach ich glaube mir fällt das fort wenn du nicht weißt was du sagen willst die Fresse halten muss der Richtige sag der Richtige äh sag der Richtige das ist ein Let's Play ja man kann schon in ein Let's die Fresse halten schweig haha ja genau schweig ein Letzte Emo ich hab hier voll die geile Minecraft-Mucke wow es leckt äh was machst du äh Hasbro das ist ja schön gib dir mal by the way ich geb dir mal das ganze Koppelstone was ich hier nur so rausgetragen hab wenn ich jetzt Boah Alex ich versteck da mal ein Ei ne ich werd das gleich du musst mal schnell was machen hallo Zom von hier hatte ich gesprochen warte ich komme so als Geheimnis ich hab dir grad nicht zugehört was ich versteck ein Ei so dass es niemand sieht was du versteckst dein Ei ich versteck ein Ei warte hier da hinter dir steht ein Ei okay okay komm mit also ich komm mit ja Uaah le 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 le